Epiktet, Enchiridion, Handbüchlein der Moral 1. Von den Dingen stehen die einen in unserer Gewalt, die anderen nicht. In unserer Gewalt steht unsere Meinung, unser Handeln, unser Begehren und Meiden, kurz all unser Tun, das von uns ausgeht. Nicht in unserer Gewalt stehen unser Leib, unser Besitz, Ansehen, äußere Stellung, mit einem Worte alles, was nicht unser Tun ist. Was in unserer Gewalt steht, ist von Natur frei, kann nicht gehindert oder gehemmt werden. Was aber nicht in unserer Gewalt steht, ist hinfällig, unfrei, kann gehindert werden und steht unter dem Einfluss anderer. Sei dir also darüber klar, wenn du das von Natur Unfreie für frei, das Fremde dagegen für dein Eigentum hältst, dann wirst du nur Unannehmlichkeiten haben, wirst klagen, wirst dich aufregen, wirst mit Gott und der Welt hadern. Hältst du aber nur das für dein Eigentum, was wirklich dein ist, das Fremde dagegen für fremd, dann kann kein Mensch einen Zwang auf dich ausüben, niemand dir etwas in den Weg legen, du wirst niemandem Vorwürfe machen, niemandem die Schuld geben, wirst nichts gegen deinen Willen tun und niemand kann dir schaden. Du wirst keinen Feind haben, denn du wirst überhaupt keinen Schaden erleiden. Wenn du nun nach solch hohen Zielen strebst, dann darfst du nicht denken, du braucht es dich nicht allzu sehr anzustrengen, sondern du musst auf manches ganz verzichten und manches einstweilen beiseite stellen. Wenn du aber danach strebst und zugleich hohen Ämtern und Reichtum nachjagst, so wirst du vielleicht nicht einmal diese Dinge erreichen, weil du zugleich nach jenem strebst. Jedenfalls aber dürftest du ganz sicher das nicht erreichen, woher allein Freiheit und Glück kommt. Bemühe dich daher, jedem unangenehmen Gedanken sofort zu begegnen, indem du sagst, Du bist nicht das, was du zu sein scheinst. Du bist bloß eine Einbildung. Dann prüfe und beurteile ihn nach den Regeln, die du gelernt hast, besonders aber nach der ersten, ob er zu dem gehört, worüber wir frei verfügen können oder nicht. Und wenn er zu den Dingen gehört, die nicht in unserer Gewalt stehen, dann sage dir sofort, geht mich nichts an. Zwei Merke dir, die Begierde verheißt die Erreichung dessen, was man begehrt. Die Abneigung verheißt, nicht auf das zu stoßen, was man vermeiden will. Wer den Gegenstand seines Begehrens nicht erreicht, ist unglücklich. Ein anderer ist unglücklich, weil ihm das widerfährt, was er gern vermeiden will. Wenn du also nur dem auszuweichen suchst, was unter den Dingen, die in deiner Gewalt stehen, naturwidrig ist, dann wird dir nichts zustoßen, was du zu vermeiden wünschst. Wenn du aber Krankheit, Tod oder Armut zu entgehen suchst, dann wirst du freilich unglücklich werden. Fort also mit jedem Widerwillen gegen alles, was nicht in unserer Gewalt steht. Nur das meide, was naturwidrig ist unter dem, was in deiner Gewalt ist. Dein Begehren gibt vorläufig ganz auf. Denn begehrst du etwas, was nicht in unserer Macht steht, dann musst du unweigerlich unglücklich werden. Von dem aber, was in unserer Macht steht und was du wohl begehren könntest, davon weißt du noch nichts. Beschränke dich auf das Wollen und auf das Nichtwollen, aber verfahre dabei oben hin mit Vorbehalt und Gelassenheit. Bei allem, was deine Seele erfreut oder dir einen Nutzen gewährt oder was du lieb hast, vergiss nicht, dir zu sagen, was es eigentlich ist. Fange dabei bei den unscheinbarsten Dingen an, zum Beispiel, wenn dir ein Topf teuer ist, so denke dir, ein Topf ist es, der mir teuer ist. Dann wirst du dich auch nicht aufregen, wenn er zerbricht. Wenn du deinen Weib oder dein Kind küssest, so denke dir, du küssest einen Menschen und du wirst nicht aus der Fassung kommen, wenn er stirbt. 4. Wenn du irgendetwas beginnen willst, so mache dir klar, welche Art die Sache ist. Wenn du zum Beispiel baden gehst, so stelle dir vor, wie es im Baderaume zugeht, wie sie mit Wasser spritzen, wie sie sich stoßen und schimpfen und andere gar stehlen. Deshalb wirst du mit größerer Sicherheit hingehen, wenn du dir von vornherein sagst, ich will baden gehen und meine Gemütsverfassung in dem Zustand erhalten, wie es naturgemäß ist. So mache es bei allen Dingen. Denn kommt wirklich etwas beim Baden vor, so kannst du dir zur Beruhigung sagen, ich bin ja doch nicht bloß des Badens wegen hingegangen, sondern um meine Gemütsverfassung der Natur entsprechend zu erhalten. Und das tue ich nicht, wenn ich mich über derlei Vorkommnisse ärgere. 5. Nicht die Dinge beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen über die Dinge. So ist zum Beispiel der Tod an sich nichts Furchtbares, sonst hätte er auch dem Sokrates furchtbar erscheinen müssen, sondern nur die Meinung, er sei schrecklich, ist das Schreckliche. Wenn wir also auf Schwierigkeiten stoßen, in Unruhe und Kümmernis geraten, dann wollen wir die Schuld niemals auf einen anderen schieben, sondern nur auf uns selbst, das heißt auf unsere Meinung von den Dingen. Es verrät einen Ungebildeten, wenn man anderen Vorwürfe darüber macht, dass es einem selber schlecht geht. Als einen Anfänger in der philosophischen Bildung erweist sich der, der sich selber Vorwürfe macht. Der wahrhaft Gebildete schiebt die Schuld weder auf andere noch auf sich selbst. 6. Sei nicht stolz auf fremde Vorzüge. Wenn ein Pferd stolz wäre und sagen würde, ich bin schön, so wäre das noch erträglich. Wenn du aber mit Stolz sagen würdest, ich habe ein schönes Pferd, dann bedenke, dass du nur auf einen Vorzug deines Pferdes stolz bist. Was ist also dein Eigen? Der Gebrauch deiner Vorstellungen. Also, wenn du dich bei dem Gebrauch deiner Vorstellungen gemäß der Natur verhältst, dann magst du mit Recht stolz sein, denn dann bist du auf einen Vorzug von dir stolz. 7. Wenn auf einer Seefahrt das Fahrzeug vor Anker geht und du aussteigst, um frisches Wasser zu holen, dann magst du wohl unterwegs noch etwas nebenher tun, etwa eine Muschel oder einen Tintenfisch aufheben. Aber deine Aufmerksamkeit muss auf das Fahrzeug gerichtet bleiben. Du musst es beständig im Auge behalten, ob nicht etwa der Steuermann ruft. Und wenn er ruft, so musst du alles andere liegen lassen, damit man dich nicht gebunden aufs Schiff wirft, wie man es mit den Schafen macht. So ist es auch im Leben. Ist dir Weib und Kind beschert, wie dort eine Muschel oder ein Fisch, so darf das kein Hindernis bilden. Wenn aber der Steuermann ruft, dann eile zum Schiffe, lass alles liegen und sieh dich nicht um. Bist du aber alt geworden, so entferne dich nicht zu weit vom Schiffe, damit du nicht etwa ausbleibst, wenn du gerufen wirst. Acht. Verlange nicht, dass alles so geschieht, wie du es wünschest, sondern wolle, dass alles so geschieht, wie es geschieht. Und es wird dir gut gehen. Neun. Die Krankheit ist ein Hindernis des Körpers, aber nicht des Willens, falls er nicht selbst will. Eine Lähmung ist ein Hindernis des Schenkels, aber nicht des Willens. Und das sage dir bei allem, was dich trifft. Dann wirst du finden, dass es wohl für andere Dinge ein Hindernis sein kann, nicht aber für dich. Bei allem, was dir begegnet, gehe in dich und frage dann, was für eine Fähigkeit hast du dem gegenüber. Siehst du zum Beispiel einen schönen Knaben oder ein schönes Mädchen, so wirst du als Kraft dagegen in dir Selbstbeherrschung finden. Tritt eine schwere Arbeit an dich heran, so wirst du als Gegenmittel die Ausdauer finden. Wird eine Schmähung auf dich geschleudert, dann wirst du Langmut finden. Wenn du dich so gewöhnt hast, dann werden dich die falschen Vorstellungen nicht mehr fortreißen. Elf Sage nie von einer Sache, ich habe sie verloren, sondern ich habe sie zurückgegeben. Ein Kind ist dir gestorben, du hast es zurückgegeben. Dein Weib ist dir gestorben, es war zurückgegeben. Dein Grundstück wurde dir genommen, auch das ward nur zurückgegeben. Aber der ist doch ein Bösewicht, der es mir nahm. Was geht das dich an, durch wen es der zurückforderte, der es dir einst gab? Solange er es dir überlässt, behandle es als fremdes Gut, wie ein Wanderer die Herberge. Zwölf Wenn du Fortschritte machen willst, so musst du Gedanken wie die folgenden abwerfen. Wenn ich mich nicht um mein Vermögen kümmere, so werde ich nichts zu essen haben. Oder wenn ich meinen Diener nicht strafe, so wird er ein Taugenichts. Denn es ist besser, Hungers zu sterben, aber ohne Furcht und Sorge gelebt zu haben, als in Überfluss und steter Aufregung zu leben. Es ist besser, dass dein Diener ein Taugenichts, als dass du selber unglücklich wirst. Darum musst du schon mit geringfügigen Dingen anfangen. Wird dir ein bisschen Öl vergossen oder der letzte Rest Wein gestohlen, so sage dir, dafür kauft man Gleichmut, dafür innere Ruhe. Umsonst erhält man nichts. Wenn du deinen Diener rufst, so denke, er kann dich vielleicht nicht hören und wenn er dich gehört hat, so ist er vielleicht nicht imstande, das zu tun, was du haben willst. Aber das ist für jenen kein Glück, wenn es von ihm abhängt, dass du dich nicht aufregst. 13. Willst du Fortschritte machen, so musst du es ertragen können, wenn man dich für närrisch und einfältig wegen deines äußeren Verhaltens hält. Wolle auch nicht den Anschein erwecken, als verständest du etwas. Und wenn andere es von dir glauben, misstraue dir selbst. Denn wisse, es ist nicht leicht, seine Seelenverfassung so zu erhalten, wie die Natur es verlangt und zugleich die äußeren Verhältnisse zu berücksichtigen, sondern es gibt nur ein Entweder-Oder. Wer sich um das eine bekümmert, der muss das andere vernachlässigen. 14. Wenn du wünschst, dass dein Weib, deine Kinder und deine Freunde ewig leben, dann bist du ein Narr. Denn du verlangst etwas, was nicht in deiner Macht steht und willst, dass etwas Fremdes dir gehört. Ebenso töricht wärest du, wenn du verlangen würdest, dein Diener solle sich nichts zu Schulden kommen lassen. Denn du verlangst, dass ein Fehltritt kein Fehltritt sein soll, sondern etwas anderes. Wenn du aber den Willen hast, niemals dein Ziel zu verfehlen, so steht das in deiner Macht, in dem also übe dich, was dir möglich ist. Ein Herr des Anderen ist also der, der die Macht hat, das, was der Andere will oder nicht will, ihm zu geben oder zu nehmen. Wer also frei sein will, der darf nicht etwas erstreben oder vermeiden wollen, was in der Macht eines Anderen steht, sonst wird er unweigerlich dessen Sklave. 15 Du musst dich im Leben benehmen wie bei einem Gastmahl. Es wird herumgereicht, die Schüssel kommt an dich. Du langst zu und nimmst dir bescheiden. Die Schüssel wird weitergetragen. Halte sie nicht zurück. Ist sie noch nicht zu dir gekommen, so richte dein Verlangen nicht weiter darauf, sondern warte, bis die Reihe an dich kommt. So denke auch über Kinder, Weib, äußere Stellung und Reichtum. Dann wirst du ein würdiger Tischgenosse der Götter sein. Wenn du aber gar von dem nicht nimmst, was dir vorgesetzt wird, sondern es vorbeigehen lässt, dann wirst du nicht bloß mit den Göttern am Tische sitzen, sondern sogar mit ihnen herrschen. So machten es Diogenes, Herakles und ihresgleichen und deshalb wurden sie mit Recht göttlich genannt. 17 Wenn du jemanden trauern siehst, weil sein Kind weit fort ist oder weil er sein Vermögen verloren hat, so gib Acht, dass dich nicht die Vorstellung fortreißt, als sei jener infolge der äußeren Dinge im Unglück, sondern halte dir sofort gegenwärtig, dass jenen nicht das Geschehene schmerzt, denn einen anderen würde das ja nicht betrüben, sondern nur seine Auffassung von dem Geschehenen. Solange es noch mit Worten geht, magst du ihm sein Leid tragen helfen und vielleicht auch mit ihm seufzen, nur hüte dich, auch innerlich zu seufzen. 17 Betrachte dich als einen Schauspieler in einem Drama. Die Rolle gibt dir der Dichter, du musst sie spielen, ob sie kurz ist oder lang. Will er, dass du einen Bettler darstellen sollst, so musst du auch diese Rolle gut spielen, ebenso wenn du einen Krüppel, einen Fürsten oder einen gewöhnlichen Menschen darstellen sollst. Deine Sache ist es nur, die dir gegebene Rolle gut zu spielen. Sie auszuwählen, ist Sache eines anderen. 18 Wenn dir ein Rabe krächzend Unheil verkündet, so darf dich die Vorstellung nicht hinreißen, sondern mache dir sogleich klar, solche Prophezeiungen gelten nicht mir, höchstens meinem Körper, meinem bisschen Habe oder meinem äußeren Ansehen, meinen Kindern oder meinem Weib. Wenn ich es will, wird mir nur Glück verkündet. Was auch von den Prophezeiungen eintreffen mag, an mir liegt es ja davon, Segen zu haben. 19 Du kannst als unbesiegbar dastehen, wenn du dich in keinen Kampf einlässt, in dem der Sieg nicht von dir abhängt. Wenn du jemanden siehst, der hochgeehrt, sehr mächtig oder sonst irgendwie groß dasteht, so lass dich nicht etwa von dem Schein hinreißen, ihn glücklich zu preisen. Denn wenn das Wesen des Guten in dem beruht, was in unserer Macht liegt, dann ist hier weder Neid noch Eifersucht angebracht. Du selbst willst doch weder Felter noch Ratsherr oder Konsul sein, sondern frei. Dazu aber führt nur ein Weg, Verachtung alles dessen, was nicht in unserer Macht steht. 20 Bedenke, dass dich nicht der verletzt, der dich beschimpft oder schlägt, sondern nur deine Meinung, dass jener dich verletzt. Wenn dich jemand reizt, so wisse, dass es nur deine Auffassung von der Sache ist, die dich gereizt hat. Deshalb strebe vor allem danach, dich nicht von deiner falschen Vorstellung fortreißen zu lassen. Hast du einmal Zeit zur Überlegung gewonnen, dann wirst du leichter deiner Herr werden. 21 Tod, Verbannung, überhaupt alles, was allgemein für schrecklich gilt, halte dir täglich vor Augen, vor allem aber den Tod. Dann wirst du niemals etwas Niedriges denken oder übermäßig nach etwas begehren. 22 Wenn du nach Weisheit strebst, so mache dich von vornherein darauf gefasst, dass man dich verlachen wird, dass dich viele verspotten und sagen werden, du hast plötzlich als Philosoph wiedergekommen und wie kommt es, dass er auf einmal die Brauen so hoch zieht. Lass nur die ernste Miene beiseite, aber an das, was dir das Beste zu sein scheint, halte dich, als seist du von Gott auf diesen Posten gestellt. Bedenke, wenn du auf diesem Posten ausharrst, dann werden dich diejenigen später bewundern, die dich vorher verlacht haben. Fügst du dich hin aber, dann werden sie doppelt über dich lachen. 23 Wisse, wenn es dir einmal wieder fährt, in den Strudel der Außenwelt gezogen zu werden, sodass du einem anderen gefallen willst, dann bist du von deinen Grundsätzen abgefallen. Es muss dir deshalb in allen Verhältnissen genügen, ein Philosoph zu sein. Willst du außerdem als solcher angesehen werden, so sieh dich selbst als solchen an und sei zufrieden. 24 Gedanken wie die Folgenden dürfen dich nicht quälen. Ich werde unberühmt mein Leben verbringen und nirgends etwas gelten. Kann den Mangel an äußeren Ehren ein Übel sein, da du doch durch einen Fremden ebenso wenig ins Unglück wie in Schande gestürzt werden kannst? Hängt es etwa von dir ab, zu einem Amte zu kommen oder zur Tafel zugezogen zu werden? Durchaus nicht. Wie kann das also Unehre für dich sein? Wie kannst du ein Niemand sein, wo du nur auf dem Gebiet, das in deiner Macht steht, etwas bedeuten sollst? Und da kannst du der Bedeutendste sein. Aber du hast Freunde und wirst ihnen nicht helfen können. Ja, was nennst du denn helfen? Sie werden kein Geld von dir bekommen. Du wirst ihnen nicht das römische Bürgerrecht verschaffen können. Wer hat dir denn gesagt, dass dies in deiner Macht steht und nicht anderer Leute Sache ist? Wer kann einem anderen geben, was er selbst nicht hat? Dann erwirb, damit wir auch etwas bekommen können. Gut, wenn ich mir Erwerb verschaffen kann, ohne mein gewissenhaftes, redliches, hochstrebendes Wesen einzubüßen, dann zeige mir nur den Weg und ich will es tun. Wenn ihr aber verlangt, dass ich meine eigenen Güter aufgeben soll, damit ihr nur zu den Gütern kommt, die gar keine sind, so seht ihr doch selbst ein, wie ungerecht und unverständlich ihr seid. Was wollt ihr übrigens lieber, Geld oder einen treuen, ehrlichen Freund? Tragt also lieber dazu bei, dass ich ein solcher bin und verlangt nicht von mir, dass ich etwas tun soll, wodurch ich gerade diese Eigenschaften verliere. Aber das Vaterland wird mir keinen Nutzen haben. Wieder muss ich fragen, was für Nutzen denn? Säulenhallen und Bäder wird es freilich nicht von dir bekommen. Aber was tut das? Es bekommt ja auch vom Schmiede keine Schuhe und vom Schuster keine Waffen. Es ist genug, wenn jeder seine Stelle ausfüllt. Wenn du nun aus einem anderen Menschen einen zuverlässigen und redlichen Bürger machst, trägst du da nichts zum Nutzen des Vaterlandes bei? Doch! Also dürftest auch du dem Vaterlande nicht ohne Nutzen sein. Welche Stellung soll ich denn im Staatsleben einnehmen? Diejenige, die du ausfüllen und bei der du zugleich ein rechtschaffender und sittsamer Mensch bleiben kannst. Wenn du aber dem Vaterlande nützen willst und diese Eigenschaften verlierst, was kannst du ihm da noch nützen, wenn du nicht mehr Treue und Glauben verdienst? 26. Es ist dir jemand vorgezogen worden bei einem Gastmahl oder bei einer Begrüßung oder du bist nicht zu einer Beratung hinzugezogen worden? Ist dies etwas Gutes, dann sollst du dich darüber freuen, dass es jenem zuteil geworden ist. Ist es aber ein Nachteil, dann ärgere dich nicht darüber, dass es dich nicht getroffen hat. Bedenke doch, dass du nicht dieselbe Behandlung beanspruchen kannst, wenn du nicht dasselbe tust wie sie, um etwas zu erreichen, was nicht in unserer Gewalt steht. Denn wie kann einer, der sich nicht oft in den Vorzimmern der Großen aufhält, das Gleiche erreichen wie einer, der dies tut? Oder einer, der sich nicht in dem Gefolge eines Mächtigen sehen lässt und ihn nicht lobt, dasselbe erreichen wie einer, der dies tut? Du bist ungerecht und unersättlich, wenn du umsonst das haben willst, ohne den Preis zu zahlen, um den jene Dinge zu kaufen sind. Was kostet zum Beispiel doch der Salat? Einen Obolus wollen wir einmal annehmen. Wenn nun jemand einen Obolus hinlegt und Salat dafür erhält, du aber nichts zahlst und nichts erhältst, so glaubst du doch nicht dem Nachteil zu sein gegenüber dem, der Salat erhalten hat. Denn wie jener den Salat hat, hast du noch den Obolus, den du nicht ausgegeben hast. Genau derselbe Fall ist auch hier. Du hast keine Einladung zum Essen erhalten, du hast auch dem Gastgeber den Preis nicht gezahlt, um den er sein Mahl gibt. Um Lob, um Aufmerksamkeiten ist es zu haben. Wenn du glaubst, dass es dir Nutzen bringt, nun so bezahle die Kosten, um die es zu haben ist. Willst du diese nicht tragen und doch jenes haben, dann bist du ebenso unverschämt wie einfältig. Hast du anstelle der Einladung nichts zum Ersatz? Du hast jetzt das Bewusstsein, den nicht gelobt zu haben, den du nicht hast loben wollen und hast dich nicht an seiner Tür herumzudrücken brauchen. 28 Den Willen der Natur kann man an den Dingen erkennen, über die keine Meinungsverschiedenheit unter uns herrscht. Wenn zum Beispiel der Diener eines Anderen ein Trinkglas zerbricht, so sagst du gleich zu dessen Entschuldigung, das kann vorkommen. Merke dir also, wenn bei dir zu Hause einmal etwas zerschlagen wird, so musst du dich ebenso verhalten wie damals, als es bei einem Anderen geschah. Diese Regel kannst du auch auf wichtigere Vorkommnisse übertragen. Stirbt zum Beispiel ein Kind oder das Weib eines Anderen, dann gibt es gewiss keinen, der nicht sagt, das ist menschenlos. Wenn aber jemandem sein eigenes Kind stirbt, dann klagt er sogleich, wehe mir, ich unglücklicher. Wir sollten aber bedenken, was wir empfinden, wenn wir bei einem Anderen von einem solchen Fall hören. 27. So wenig, wie ein Ziel aufgestellt wird, damit man es verfehle, so wenig hat es übel von Natur einen Platz in der Welt. 28. Wenn jemand deinen Körper, dem ersten Besten, der dir begegnet, überantworten würde, dann würdest du dich empören. Du aber überlässt dein Herz jedem Beliebigen, sodass es, wenn dich jemand beschimpft, sich aufregt und aus der Fassung gebracht wird. Solltest du dich dessen nicht schämen? 29. Bei jeder Sache bedenke, was ihr vorangeht und was ihr folgt, dann erst gehe an die Sache selbst heran. Tust du das nicht, dann wirst du anfangs zwar wohlgemut an die Sache gehen, da du nicht bedacht hast, was noch kommen wird. Dann aber, wenn sich Unannehmlichkeiten zeigen, wirst du mit Schande abfallen. Du willst den Olympia siegen? Ich auch, bei Gott, denn das ist eine schöne Sache. Aber bedenke, was vorangehen und nachfolgen wird und dann mache dich daran. Du musst dich einer strengen Ordnung fügen, nach Vorschrift essen, musst dich aller Näschereien enthalten, musst dich auf Kommando und zu bestimmten Stunden trainieren, bei Hitze und Kälte, darfst nicht kaltes Wasser trinken, keinen Wein, wenn es dir gerade einfällt. Kurz, du musst dich dem Aufseher wie einem Arzt überantworten, musst dich beim Wettkampf auf der Erde wälzen. Es kann auch vorkommen, dass du das Handgelenk aussetzt oder den Knöchel verstauchst, dass du viel Staub schlucken musst, zuweilen wirst du sogar Schläge erhalten und trotz alledem wirst du möglicherweise zuletzt noch besiegt. Das alles musst du bedenken und wenn du da noch Lust hast, dann werde Athlet. Sonst geht es dir wie den Kindern, die bald Gladiatoren, bald Ringkampf spielen, bald Trompete blasen, dann Theater spielen. So bist du bald ein Ringkämpfer, bald ein Gladiator, bald ein Redner, dann einmal ein Philosoph mit ganzer Seele, aber nichts. Sondern wie ein Affe machst du alles nach, was du siehst, heute das, morgen etwas anderes, wie es dir gefällt. Denn du trittst nicht mit Überlegung an eine Sache heran. Du siehst sie dir nicht von allen Seiten an, sondern folgst jedem Einfall jeder flüchtigen Laune. So haben zum Beispiel manche einmal einen Philosophen gesehen, haben ihn reden hören, wie etwa Euphrates redet. Für wahr, wie er kann so reden wie der. Gleich wollen sie auch Philosophen sein. Mensch, zunächst überlege dir, worum es sich eigentlich handelt. Dann prüfe deine natürlichen Anlagen, ob du der Sache auch gewachsen bist. Willst du ein Ring oder ein Fünfkämpfer werden? Dann sieh dir deine Arme, deine Schenkel an, prüfe deine Hüften, denn der eine hat hierzu Anlage, der andere dazu. Glaubst du etwa, dass du bei solchem Beruf noch weiter in derselben Weise essen und trinken kannst, dass du noch in gleicher Weise deinen Neigungen und Abneigungen folgen darfst? Du musst es ertragen können, den Schlaf zu entbehren, Strapazen zu erdulden, deine Angehörige zu verlassen, von einem Sklaven dich verachten zu lassen, von den Leuten auf der Straße verlacht, bei jeder Gelegenheit, bei einer Ehrung, einer Beförderung, vor Gericht, überhaupt in allen Dingen übergangen zu werden. Das bedenke, ob du dafür Seelenruhe, Freiheit, innere Festigkeit eintauschen willst. Willst du das nicht, dann fange gar nicht erst an. Mach es nicht wie die Kinder, heute Philosoph, morgen Zolleinnehmer, übermorgen Redner, dann einmal ein kaiserlicher Beamter, das passt nicht zusammen. Nur eins kannst du sein, ein guter oder ein schlechter Mensch. Entweder musst du deine Seele ausbilden oder deine äußere Lage. Entweder deine Kunst auf das Innere verwenden oder auf das Äußere. Entweder ein Philosoph sein oder ein Kind der Welt. 30. Die Pflichten richten sich im Allgemeinen nach den persönlichen Verhältnissen. Jemand hat einen Vater, die Pflicht gebietet, sich um ihn zu sorgen, sich ihm in allem zu fügen, Schelte und sogar Schläge geduldig von ihm hinzunehmen. Aber er ist ein schlechter Vater. Hat dir denn die Natur einen guten Vater gegeben? Nein, bloß einen Vater. Mein Bruder handelt Unrecht an mir. Behalte nur weiterhin dein Verhalten ihm gegenüber bei und kümmere dich nicht darum, was er tut, sondern was du tun musst, um dein Inneres im Einklang mit der Natur zu erhalten. Denn dir kann ein anderer nicht schaden, wenn du es nicht willst. Aber dann bist du wirklich geschädigt, wenn du glaubst, geschädigt zu sein. Ebenso wirst du finden, was sich für einen Nachbar, einen Bürger, einen Feldherrn ziemt, wenn du dich nämlich gewöhnst, dein Verhältnis zu diesen Stellungen genau anzusehen. Für die Frömmigkeit ist die Hauptsache, richtige Vorstellungen von den Göttern zu haben, dass sie sind, dass sie die Welt gut und gerecht regieren, dass es deine Bestimmung ist, ihrem Willen dich zu fügen, dich in alles, was geschieht, zu schicken, dich gern und mit der Überzeugung zu fügen, dass es von höchster Einsicht so zum Ziel geführt wird. Dann wirst du die Götter niemals tadeln, nie ihnen Vorwürfe machen, als kümmerten sie sich nicht um dich. Aber das ist nur dann möglich, wenn du die Begriffe von Gut und Böse nicht dem entnimmst, was nicht in unserer Macht steht, sondern sie nur in dem suchst, was wirklich in unserer ist. Wenn du jedoch etwas von jenem für gut oder böse hältst, dann musst du unweigerlich den Urhebern Vorwürfe machen und sie hassen, wenn du etwas nicht erreichst, was du erstrebst oder wenn dir etwas widerfährt, was du nicht wünschtest. Denn jedem Wesen ist es angeboren, das, was ihm schädlich erscheint und was den Schaden verursacht, zu meiden und zu fliehen, dem Nützlichen aber und seinen Ursachen nachzugehen und es zu bewundern. Es ist also unmöglich, dass einer, der sich geschädigt glaubt, sich über den Urheber des Schadens freut, ebenso wie man sich unmöglich über den Schaden selbst freuen kann. So kommt es, dass ein Vater von seinem Sohne verwünscht wird, wenn er ihnen an den Dingen nicht teilnehmen lässt, die jener für Güter hält. Auch für Ätheokles und Polyneikes war das der Grund zur Feindschaft, weil sie die Alleinherrschaft für ein Gut hielten. Daher kommt es, dass der Landmann die Götter lästert, darum tut es der Seemann, darum der Kaufmann, darum alle, die Weib und Kind verlieren. Denn Vorteil und Religion stehen miteinander in eine Wechselbeziehung. Wie er daher sein Streben und sein Meiden in die richtige Bahn zu bringen sucht, der handelt eben dadurch auch religiös. Doch Trank und Brandopfer darzubringen, die Erstlingsgaben nach Väterbrauch zu weihen, ziemt sich für jeden. Mit reinem Herzen, nicht gedankenlos, nicht nachlässig, nicht gar zu kerklich, aber auch nicht über Vermögen soll man es tun. 32. Wenn du zu einem Orakel gehst, so merke dir, welches Ereignis dir bevorsteht, das freilich weißt du nicht, sondern deswegen bist du zum Wahrsager gekommen, um es zu erfahren. Von welcher Art aber eine Sache ist, das wusstest du schon, als du kamst, wenn anders du ein Philosoph bist. Denn wenn es eins von den Dingen ist, die nicht in unserer Gewalt stehen, dann kann es in keinem Falle ein Gut oder ein Übel sein. Bring also zum Wahrsager weder Wünsche dafür noch dagegen mit. Geh auch nicht mit Zittern und Zagen zu ihm, sondern in der Überzeugung, dass alles, was da kommen wird, gleichgültig ist und dich nichts angeht. Welche Art es auch immer sei, es wird möglich sein, davon einen guten Gebrauch zu machen und daran kann dich keiner hindern. Getrost also wie guten Ratgebern nahe dich den Göttern und wenn dir ein Rat erteilt worden ist, dann denke daran, wen du als Ratgeber genommen hast und wem du ungehorsam sein wirst, wenn du nicht hörst. Gehe aber nach dem Beispiel des Sokrates nur in solchen Fällen zum Orakel, wo allein der Ausgang der Sache in Frage steht und wo weder durch vernünftige Überlegung noch durch irgendeine Kunst die Mittel geboten sind, das klar zu erkennen, was bevorsteht. Wenn du also einem Freunde oder dem Vaterlande beistehen musst, dann frage nicht erst das Orakel, ob du es tun sollst. Denn wenn dir der Seher sagt, die Opferzeichen seien schlecht ausgefallen, so bedeutet das offenbar den Tod oder den Verlust eines Gliedes oder Verbannung. Aber die Vernunft fordert auch unter diesen Umständen, dem Freunde, dem Vaterlande in der Gefahr beizustehen. Wahrlich, darum richte dich nach dem größeren Seher, dem phytischen Apollo, der aus seinem Tempel den Menschen hinauswies, der seinem Freunde in Todesnot nicht zu Hilfe gekommen war. 33. Stelle endlich für dein Wesen ein festes Gepräge, ein bestimmtes Ideal auf, wonach du dich richtest, wenn du mit ihr allein bist oder unter Menschen gehst. Schweige gewöhnlich, sonst sprich nur das Notwendige und das mit wenigen Worten. Selten, nur wenn es die Umstände erfordern, rede, aber nicht über alltägliche Dinge, nicht über Zirkuskämpfe, Pferderennen oder Athleten, nicht über Essen und Trinken, das sind triviale Gesprächsstoffe, vor allem aber nicht über andere Leute, um sie zu tadeln oder zu loben oder auch nur zu vergleichen. Wenn es dir möglich ist, so lenke durch deine Unterhaltung das Gespräch der Gesellschaft auf einen angemessenen Gegenstand. Bist du aber allein unter ganz Fremden, dann schweige. Lache nicht oft, nicht über viele Dinge, und nicht übermäßig. Den Eid lehne, wenn möglich, ganz ab. Ist es nicht möglich, so weit es geht. Einladungen zu gelagen bei Andersgesinnten und Ungebildeten, schlage aus. Kommt aber einmal ein solcher Anlass, dann sei deine Aufmerksamkeit gespannt, damit du nicht in das Wesen der Menge zurückfällst. Denn merke dir, hat jemand einen verkommenen Gefährten, so muss er unweigerlich mitverkommen, auch wenn er selbst unverdorben sein sollte. Die körperlichen Bedürfnisse befriedigen nur, soweit es durchaus notwendig ist, was Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung und Dienerschaft betrifft. Was aber dem äußeren Glanz und dem Luxus dient, das meide ganz. Von Werken der Liebe halte dich vor der Ehe nach Kräften rein. Kostest du aber davon, so beschränke dich auf den erlaubten Genuss, sei aber nicht denen lästig, die Gebrauch davon machen und tadele sie nicht und rede nicht viel davon, dass du selbst so enthaltsam bist. Wenn dir jemand hinterbringt, dass der oder jener gehässig über dich spricht, so verteidige dich nicht gegen dessen Behauptungen, sondern antworte, er wusste wohl die anderen Fehler nicht, die mir noch anhaften, sonst hätte er nicht bloß diese angeführt. Oft Zirkusspielen beizuwohnen ist nicht nötig. Wenn es aber einmal vorkommt, dann zeige dich für niemanden besonders interessiert als für dich. Das heißt, habe nur den Wunsch, dass alles so geschieht, wie es geschieht und gönne jedem Sieger seinen Sieg. So wirst du kein Ärgernis haben. Beifallsrufe, freudiges Zuklatschen oder größere Aufregung vermeide ganz und gar. Und wenn die Sache aus ist, sprich nicht viel über das Geschehen, überhaupt nur so weit es zu deiner Förderung dient, denn sonst könnte es scheinen, dass Gesehene habe dir Bewunderung abgenötigt. Zu den Vorträgen gewisser Leute gehen nicht aus Laune oder ohne besonderen Grund. Wenn du aber hingehst, dann beobachte ein würdiges und wohlgesetztes Verhalten, das niemandem lästig ist. Wenn du weißt, dass du mit jemandem zusammenkommen wirst, dann stelle dir, zumal, wenn der Betreffende eine hohe Stellung einnimmt vor Augen, was in diesem Falle Sokrates oder Zeno getan hätte. Und du wirst nicht in Verlegenheit sein, wie du dich würdig dem Fremden gegenüber benehmen sollst. Willst du zu einem mächtigen Herrn gehen, dann denke, du wirst ihn nicht zu Hause treffen. Man wird dich nicht vorlassen, man wird dir die Tür vor der Nase zuschlagen. Er wird sich um dich gar nicht bekümmern. Musst du trotz alledem noch hingehen, dann geh und lass kommen, was kommen mag und sprich niemals bei dir, das war der Mühe nicht wert. Das wäre niedrig und eine verkehrte Auffassung von Außendingen. In Gesellschaften meide es oft und unbescheiden, von deinen eigenen Taten und Gefahren zu sprechen, denn wenn es dir auch Spaß macht, deiner überstandenen Gefahren zu gedenken, so macht es doch den anderen nicht denselben Spaß, das zu hören, was dir zugestoßen ist. Vermeide es auch, Witze zu machen, denn eine solche Gewohnheit geht leicht ins Gewöhnliche über und ist außerdem geeignet, die Achtung deiner Mitmenschen gegen dich zu mindern. Gefährlich ist es auch, im Gespräch auf schlüpfrige Gegenstände zu kommen. Wenn einmal etwas derartiges in deiner Gegenwart vorkommt und es bietet sich eine passende Gelegenheit, so weise denjenigen zurecht, der so weit gegangen ist. Sonst zeige wenigstens durch dein Schweigen, dein Erröten oder durch eine finstere Miene dein Missfallen an diesem Gespräch. 34 Wenn du dir einen sinnlichen Genuss vorstellst, so hüte dich ebenso wie bei den anderen Vorstellungen, dich davon hinreißen zu lassen. Lass vielmehr die Sache auf dich warten und gewinne dir noch einen Aufschub ab. Dann stelle dir die beiden Zeitpunkte vor, den des Genusses und den danach, wo dich die Reue packt und du dir selber Vorwürfe machen wirst. Und dem stelle gegenüber, wie du dich freuen und mit dir selbst zufrieden sein wirst, wenn du dich enthalten hast. Wenn dir aber der Zeitpunkt des Genusses gekommen scheint, dann gib Obacht, dass dich nicht das Einschmeichelnde, die Reize und das Verführerische der Lust zu Fall bringen, sondern stelle dir dagegen vor, wie viel schöner das Bewusstsein für dich ist, einen solchen Sieg errungen zu haben. 35 Wenn dir klar geworden ist, dass du etwas tun musst und du tust es dann, dann scheue dich niemals dabei gesehen zu werden, auch wenn die große Menge deine Handlungsweise seltsam finden sollte. Denn wenn es Unrecht ist, was du tust, dann führe die Sache überhaupt nicht aus. Handelst du aber recht, was fürchtest du dich vor denen, die dich mit Unrecht schelten? 36 Wie die beiden Sätze Es ist Tag und Es ist Nacht sich zu einem Gegensatz sehr gut verwerten lassen, zu einer Verbindung aber nicht taugen, ebenso mag es wohl für den Körper von Vorteil sein, sich das größere Stück beim Essen herauszusuchen, zur Wahrung der Rücksicht, die den anderen Gästen gegenüber in einer Gesellschaft geboten ist, trägt es aber nichts bei. Wenn du also bei einem anderen zu Gast geladen bist, dann denke daran, dass man nicht bloß auf den Wert der aufgetragenen Speisen für den Körper sehen soll, sondern auch darauf, dem Gastgeber gegenüber den erforderlichen Anstand zu wahren. 37 Wenn du eine Rolle übernimmst, der du nicht gewachsen bist, dann wirst du damit wenig Ehre einlegen und hast außerdem auch die, welche du hättest ausfüllen können, versäumt. 38 Wie du dich beim Gehen in Acht nimmst, dass du nicht in einen Nagel trittst oder dir den Fuß verstauchst, ebenso gib Acht, dass du an deiner Seele keinen Schaden leidest. Wenn wir bei jeder Tätigkeit diese Vorsicht beobachten, dann werden wir umso sicherer ins Werk gehen können. 39 Als Maß für den Besitz soll für jeden sein Körper dienen, wie der Fuß für den Schuh. Wenn du auf diesem Standpunkt stehst, dann wirst du immer das richtige Maß einhalten. Wenn du aber darüber hinausgehst, dann wirst du zuletzt unweigerlich in den Abgrund stürzen. Es ist genauso wie beim Schuh. Wenn du einmal das Bedürfnis des Fußes überschritten hast, so kommt erst ein vergoldeter, dann ein purpurner, dann ein gestickter Schuh. Ist einmal das Maß überschritten, dann gibt es keine Grenze mehr. 40 Die Mädchen werden schon von ihrem fünfzehnten Jahr an von den Männern Herrinnen genannt. Und wenn sie nun sehen, dass ihr Wert allein davon abhängt, wie weit sie den Männern gefallen, fangen sie an, sich zu putzen und darauf alle ihre Hoffnung zu setzen. Es ziemt sich daher, ihnen zum Bewusstsein zu bringen, dass sie nur dann geehrt werden, wenn sie sich sittsam und züchtig zeigen. 41 Es verrät Mangel an Begabung, wenn man sich lange mit körperlichen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel, wenn man zu viel Leibesübungen anstellt, zu viel isst oder trinkt, sich alle Augenblick entleert oder wenn man ein Wollüstling ist. Vielmehr soll man die Bedürfnisse des Körpers nebenbei befriedigen. Seine ganze Aufmerksamkeit soll man auf die Ausbildung seines Charakters verwenden. 42 Wenn dir jemand etwas Böses antut oder dir etwas Schlimmes nachredet, dann denke daran, dass er glaubt, dass er das tun oder sagen muss. Es ist doch nicht möglich, dass er das befolgt, was du, sondern was er für richtig hält. Deshalb hat er den Schaden, wenn er Unrecht hat, denn er ist es, der sich geirrt hat. Denn auch wenn jemand eine richtige Schlussfolgerung für falsch hält, so schadet das der Schlussfolgerung nichts, wohl aber dem, der sich geirrt hat. Wenn du das bedenkst, wirst du nachsichtig sein gegen einen, der dich lästert, denn du sagst dir jedes Mal, es schien ihm recht so. 43 Jedes Ding hat zwei Seiten, wo man es anfassen kann. Auf der einen kann man es tragen, auf der anderen nicht. Wenn dein Bruder dir Unrecht tut, so fasse die Sache nicht von der Seite an, er tut mir Unrecht. Das ist seine Handhabe, an der kannst du nicht tragen, sondern fasse es lieber von der anderen Seite an, er ist mein Bruder, er ist mit mir aufgewachsen. So wirst du die Sache da anfassen, wo sie tragbar ist. 44 Folgende Sätze sind unvereinbar. Ich bin reicher als du, also bin ich mehr wert als du. Oder Ich kann besser reden als du, also bin ich mehr wert als du. Wohl aber passen diese beiden Sätze zueinander. Ich bin reicher als du, also ist mein Besitz mehr wert als der deinige. Oder Ich kann besser reden als du, also ist meine Redeweise mehr wert als die deinige. Denn dein Wesen besteht weder im Besitz noch im Reden können. 45 Es wäscht sich jemand zu eilig, sage nicht, er wäscht sich schlecht, sondern er wäscht sich schnell. Es trinkt jemand viel Wein, sage nicht, das ist verwerflich, sondern nur, er trinkt viel. Woher weißt du denn, dass er schlecht handelt? Du kennst ja den Grund seiner Handlungsweise nicht. Auf diese Weise wird es dir nicht begegnen, dass du von einigen Dingen eine richtige Vorstellung gewinnst, anderen aber, die du nicht erkannt hast, unüberlegt zustimmst. 46 Nenne dich niemals einen Philosophen, sprich auch nicht viel unter den Leuten über philosophische Anschauungen, sondern handle danach. So zum Beispiel sprich bei Male nicht davon, wie man essen soll, sondern isst so, wie man es soll. Erinnere dich doch, dass Sokrates bis zu einem solchen gerade den Schein gemieden hat, dass die Leute mit der Bitte um Empfehlung an Philosophen zu ihm kamen. Ja, er will Fahrte ihrer Bitte. So leicht, der Trugger ist, übersehen zu werden. Bist du unter gewöhnlichen Leuten und kommt das Gespräch auf einen Satz aus der Philosophie, dann schweige in der Regel. Denn es ist die Gefahr groß, dass du das wieder von dir gibst, was du noch nicht verdaut hast. Und wenn jemand zu dir sagt, du weißt nichts und du bist nicht aufgebracht darüber, dann wisse, dass dir der Anfang gelungen ist. Denn auch die Schafe bringen ihr Futter nicht wieder den Hirten und zeigen, wie viel sie gefressen haben, sondern sie verarbeiten inwendig ihre Nahrung und geben nach außen Wolle und Milch. Auch du zeige den Laien keine Lehren von Philosophen, sondern Taten als Frucht dieser Lehren. 47 Wenn du deinen Körper an Einfachheit gewöhnt hast, so prahle nicht damit. Wenn du nur Wasser trinkst, so sage nicht bei jeder Gelegenheit, ich trinke nur Wasser. Und wenn du dich im Ertragen von Strapazen üben willst, so tu das für dich und nicht für anderen. Umarme nicht öffentlich kalte Bildsäulen, sondern, wenn dich einmal heftig dürstet, nimm einen Schluck kalten Wassers, spei es wieder aus und sage es niemandem. 48 Eines ungebildeten Zustand und Charakter niemals erwartet er von sich einen Nutzen oder Schaden, sondern nur von äußeren Ereignissen. Eines Philosophen Zustand und Charakter er erwartet allen Nutzen und Schaden von sich selbst. Kennzeichen des Fortschreitenden Er tadelt niemanden, lobt niemanden, grollt niemandem, beschuldigt niemanden, er spricht nicht von sich, als sei er etwas oder wisse er etwas. Wird er durch irgendetwas gehindert oder gehemmt, dann klagt er sich selbst an. Wenn ihn jemand lobt, so lacht er bei sich über den, der ihn lobt. Und wenn ihn jemand tadelt, erwidert er nichts. Er geht herum wie einer, der von der Krankheit noch schwach ist, der sich fürchtet, etwas, das noch in der Festigung begriffen ist, zu bewegen, bevor es wieder erstarkt ist. Jeden Wunsch hat er aufgegeben, seine Abneigung hat er auf das beschränkt, was wieder natürlich ist von den Dingen, die in unserer Gewalt sind. Sein Wollen ist in allen Dingen ohne Leidenschaft. Er macht sich nichts daraus, ob man ihn für einfältig oder ungebildet hält. Mit einem Worte, er beobachtet sich fortwährend wie einen Feind, der ihm nachstellt. 49 Wenn einer sich etwas darauf einbildet, dass er die Schriften des Chrysipp versteht und erklären kann, dann sprich zu dir selbst. Hätte sich Chrysipp nicht undeutlich ausgedrückt, dann hätte dieser hier nichts, worauf er sich etwas einbilden könnte. Ich aber, was will ich? Ich will die Natur kennenlernen und ihr folgen. Ich frage daher, wer erklärt sie mir? Und wenn ich höre, Chrysipp, dann wende ich mich zu ihm. Aber ich verstehe seine Schriften nicht. Ich suche daher jemanden, der sie mir erklärt. Bis dahin ist noch kein Grund, stolz zu sein. Wenn ich aber einen gefunden habe, der sie mir erklären kann, dann bleibt mir noch übrig, die Lehren im Leben anzuwenden. Darauf allein kann man stolz sein. Wenn ich aber nur die Kunst des Erklärens bewundere, was bin ich da anders als ein Philologe anstatt eines Philosophen, nur mit dem Unterschiede, dass ich statt des Homer den Chrysipp erkläre. Ich erröte daher noch mehr, wenn jemand zu mir sagt, lies mir aus Chrysipp vor, wenn ich keine Taten aufweisen kann, die seinen Lehren entsprechen. 50 Was du dir vorgesetzt hast, daran halte fest, wie an Gesetzen, als handeltest du gottlos, wenn du es übertretenst. Was man auch über dich sagen mag, kehre dich nicht daran, denn das steht nicht mehr in deiner Macht. 51 Wie lange noch willst du es aufschieben, dich des edelsten Zieles für wert zu halten und in keinem Punkte wieder die Vernunft zu handeln, die allein über Gut und Böse entscheidet. Du hast die Lehren empfangen, denen du beistimmen solltest und du hast ihnen zugestimmt. Auf welchen Lehrer wartest du also noch, um ihm das Werk deiner Besserung anzuvertrauen? Du bist kein unreifer Knabe mehr, sondern schon ein erwachsener Mann. Wenn du jetzt nachlässig und leichtsinnig bist und immer nur Vorsätze um Vorsätze fasst und immer einen Tag nach dem anderen festsetzest, nach dessen Ablauf du an dir arbeiten willst, dann wirst du, ohne es zu merken, gar nicht vorwärts kommen, sondern dein Leben lang ein ungebildeter Mensch bleiben, bis du stirbst. Halte dich also endlich für würdig, wie ein erwachsener Mann und wie ein fortschreitender zu leben. Und alles, was dir als das Beste erscheint, sei dir ein unverbrüchliches Gesetz. Und wenn dir etwas Beschwerliches oder Angenehmes, etwas Ruhmvolles oder Ruhmloses entgegentritt, dann denke, jetzt gilt es zu kämpfen. Da sind die Olympischen Spiele. Nun gibt es keinen Aufschub mehr. Und an einem einzigen Tag, durch eine einzige Handlung, wird das ganze bisher Errungene vernichtet oder erhalten. Sokrates hatte eine solche Vollkommenheit erreicht. Bei allem, was ihm begegnete, achtete er auf nichts anderes als auf die Vernunft. Du aber, wenn du auch noch kein Sokrates bist, solltest so leben, als wolltest du ein Sokrates werden. Der erste und notwendigste Teil in der Philosophie ist die Anwendung ihrer Lehren im Leben. Zum Beispiel nicht zu lügen. Der zweite handelt von den Beweisen, zum Beispiel, weshalb man nicht lügen soll. Der dritte dient zur Begründung und weiteren Ausgestaltung eben dieser Beweise. Zum Beispiel, aus welchem Grund ist dies ein Beweis? Was ist überhaupt ein Beweis? Was eine Folge? Was ein Widerspruch? Was ist wahr? Und was ist falsch? Dieser dritte Teil ist notwendig wegen des zweiten und der zweite wegen des ersten. Der notwendigste, mit dem man sich immer beschäftigen sollte, ist der erste. Wir aber machen es umgekehrt. Wir beschäftigen uns mit dem dritten Teil und verwenden darauf all unseren Eifer. Um den ersten kümmern wir uns überhaupt nicht. Deshalb lügen wir. Wie man aber beweist, dass man nicht lügen darf, das ist uns geläufig. Bei allem sei uns dieser Spruch gegenwärtig. Allmächtiger Zeus und du Verhängnis führet mich auf den Platz, der von euch bestimmt mir ist. Ich folge ohne Zaudern. Wollt ich's nicht, ein Fräfler wär ich, und ihr zwängt mich doch. Wer dem Geschick sich wohl zu fügen weiß, der ist uns weise und er kennt das Göttliche. Ja, Kriton, wenn es den Göttern so gefällt, dann mag es so geschehen. Töten können mich Anitus und Melitus wohl, doch schaden können sie mir nicht.